Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite Gegenstand Shop vom 10.01.2022. Ich bin soweit gespannt, was heute in den Shop kommt. Gestern war Ruby am Start, das Highlight aus dem gestrigen Shop. Mal schauen, was heute reinkommt. Let's do the go, meine Freunde, was ist heute am Start? Wir haben auch, wie ich jetzt sehen kann, nur wiederkehrende Items zurück. Die ganzen Pakete sind verschwunden. Sieht auf jeden Fall schon wieder ein bisschen übersichtlicher aus. Fangen wir als allererstes mal mit den Skins hier drüben an. Wir haben hier das Batik-Team-Paket am Start. Nach 32 Tagen sollte auf jeden Fall jeder von euch kennen. Man kann auf jeden Fall coole Stile mit denen machen. Feiere ich, kann man mitnehmen. Dann geht es einmal weiter mit Fischen. Das ist nach 33 Tagen wieder zurückgekehrt. Nach 35 Tagen haben wir bitte jetzt Lachen. Dann geht es einmal weiter hier rüber auf die Plätze. 59 Tage lang nicht mehr im Shop gewesen. Und voll süß, nach 33 Tagen wieder am Start. Nach 46 Tagen haben wir Bracer zurück. Und nach 45 Tagen Versa. Es geht einmal nach oben und zwar zu Dino-Kommando. Dunkles Dino-Kommando. Beziehungsweise nach 181 Tagen ist das Ganze zurückgekehrt. Inklusive dunkler Rex. Plus die dunklen Dino-Knochen als Spitzsacken. Es geht hier rüber und zwar haben wir hier Motorrüppel am Start. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Skin für sich. Ist nach 167 Tagen zurückgekehrt mit Biker-Rucksack und Stuntrad. Stuntrad ist auf jeden Fall an sich ganz cool. Drüben haben wir noch einen weiteren Skin und zwar den Hugo. Der ist nach 59 Tagen zurückgekehrt mit einem Emote. Dazu finde ich auf jeden Fall auch ganz nice. Plus die Butterfly-Messer, wenn man die besitzt und diesen Emote ausführt, hat er diese Butterflies wirklich in der Hand. Also ganz geil. Kann man auf jeden Fall auch so mitnehmen. Soviel dann auch schon zum heutigen Shop. Leider nicht so viele coole Sachen am Start. Nichtsdestotrotz gerne mal einen Daumen da lassen. Abonniere nicht vergessen. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit mir. Euer Fraps. Und ciao. Tschüss.